Hallo, das war jetzt mal gerade eine schöne Kontrolle mit, ich weiß nicht, gefühlten zwölf Beamten oder so, oder Polizisten, Beamten wollen wir sie ja nicht nennen, aber sehr schön, hervorragend gelaufen, alles wirklich auf Augenhöhe und sehr viel mit Respekt und sie verstehen uns absolut und bewundern uns sogar ein bisschen, haben sie gesagt, also einer von denen und ja, es ist schön gelaufen, also sie können das alles nachvollziehen und sie wissen auch, dass so viele Polizeidienststellen gestrichen werden, dass immer mehr Geld fehlt, auch bei der Polizei und dass halt einiges schief läuft hier in diesem Land und ja, dadurch, dass sie aber so nett und freundlich waren, haben wir jetzt auch gerade für die Kollegen hier von der Polizei, haben wir dann auch gerade unsere Kennzeichen mal umgedreht und damit wir jetzt mit richtig rum oder mit lesbaren Kennzeichen fahren wir jetzt gleich zum Querdenker-Kongress und dort werden wir dann gleich auch noch ein bisschen Vorträge halten, tschüss, auch die winken sogar ganz lieb, wenn sie wegfahren, echt ist das schön, haben uns gerade alle noch nett die Hand gegeben und ja, so kann es gehen. Also Köln, friedlicher Protestkonvoi, funktioniert, alles friedlich, alles auf Augenhöhe und alles mit ganz viel Respekt.